Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport. Ja, wir haben ja jetzt Fahrzeuge für unsere Lebensmittelzüge gekauft, also einmal für Vieh und Getreide und für die fertigen Lebensmittel und hier fahren wir heute mit und zwar fahren wir mit dem hier mit können wir nicht mal so nass hier die Ton hören hört sich ein bisschen Elektroschein bei mir da kann ich nicht aus seinem Kopf hören so schöne Ahnung da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Können wir das hier so über den Wasser bohren? Können wir das hier so über den Wasser bohren? Können wir das hier so über den Wasser bohren? So, und wir haben wir hier schon mal Spannungsvorfeld und das gleiche jetzt noch von der Kugel gleich drauf so so sind wir jetzt sie hier nachts Das geht dann hier so lang. Wir sind dann hier wieder an den Müller. Und dann ist man das nicht so signal als wäre hier und geht das hier hinein. Das Ganze müssen wir dann nochmal bis hier vorne ziehen. Ich weiß nicht. 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 Klagebruch Deutschland in das auch deutschland die zu versuchen das auf Deutschland zu bleiben hoch auch noch mal dran im im jetzt war muss wohl schon neue linie wichtig es ist dann Strahlsund Die Borg Jetzt fahren wir da auch gleich nochmal mit Lassen wir jetzt mal schnell die Zeit ein bisschen vorlaufen Und wir können jetzt mal wieder zurück Und wir können jetzt mal wieder zurück Und wir können jetzt mal wieder zurück Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wenn ihr euch abonniert habt, dann müsst ihr das abonnieren. Und dann auch noch ein Eisenblatt, bis dann und bis dann.